Ich habe gesagt, das haben wir wahrscheinlich alle gerade. Es wird am Wochenende noch schlimmer. Wir wurden alle in der gleichen Ecke ungefähr. Wie war das jetzt? Das ist heute das letzte Mal, wo wir zu fünft als Trupp spielen. Dann sind ihr zwei Wochen weg. Okay. Ja gut, ich bin danach das Wochenende nicht da. Ja gut, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, wie es bei Sunny aussieht, ob wir dann zu dritt nochmal nächste Woche machen. Dann wäre das, ich bin halt mit zwei Wendys, aber dann fällt das doch nicht aus. Ach ja. Ach ja. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. War voll gescannt und so. Es bleiben noch zehn Sekunden. Obwohl, die werden das Ding wahrscheinlich aufmachen. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Sind euch angriffsbereit. Die machen hier rechts schon das Kasselfenzen auf. Aber so zumindest ging es ja immer. Ich bin jetzt offen. Erste Gegner tot. Ich lade nach. 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 Money Ich wechsle das Magazin Ja, ja, dass da einer sein wird wahrscheinlich, weiß ich Scheiße, ich bin tot Danke Ja, ist tot Ich liege aber, ich bin verletzt Ich hoffe, er liegt hier Zeitlimit erreicht Danke 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 Die Bomben schützen. Jo. Schon wieder volles Rungeleck hier. Das Rumge was? Rumgelecker. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Sicherheitsabstand halten. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Es bleiben noch zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Ich verstärke niemand. Wir stören Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner. Ich warte nach. Zugangssperre einsatzberein. Abstand halten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Entschärfung haben sich immer überhalten. Ich hab nichts mehr. Wo denn? Annäherungsanlagen. Die Kralle ist aktiv. Ist die Drohne hier eine von unseren Drohnen oder eine von den Gegnern? Ja. Scheiße. Ich kann das mal schießen. Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht entdecken. Oh, Alter! Oh, oh, oh. Ein Gegner verbliebt Meiz Jetzt war doch was zu trinken Das ist der Fall Das ist der Fall Das ist der Fall Das ist der Fall Ursprung Bombe aufschwüren. Dich nicht schlapp machen. So, wo könnten sie denn sein? Oben sind sie. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden. Einsatz in fünf Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ich würde gerne zumindest vorher mal reinfusen, wenn die da, wenn ich darf. Ich bin hoch. Wechselmagazine. 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 Brennereinsatz vorbei. Mann! Geh weiter den Gang runter, bei der Tür ist einer. Ich weiß, dass ist einer jetzt links. Wechselmagazine. Scheiße. Ach, die Säcke, kommen die rausgelaufen. Ich weg. Danke. Der ist der verbleibende Gegner. Boah. E-sport Tanni. Da ist sie wieder! Da räumt sie mal aber ganz kurz auf. Kev? ja darf ich dir mal darf ich dir mal einen tipp geben kann versuchen ja du solltest wirklich mal ein bisschen daran arbeiten und üben dich mehr zu bewegen du sitzt immer einfach besitzt von der offenen türen sitzt einfach daran dass das die gegner auf die zukunft weil ja leider kam es auf der seite und gewartet auf der ausgut ist ein offenes ziel du musst dich auch mal an deckung bewegen du kannst dich haben unter hocken bleiben du bist auch mein und her dich bewegen und